Jo Leute und Willkommen zu einem neuen Video von mir, Juhu, heute war mit Alfa, mit Ente, was geht, und mit einem Special Gast und der war noch nie dabei, aber heute Freunde, heute haben wir ihn dabei, es ist Nick, hey, ja und heute Freunde, heute ist wir mal live im Bikini Bottom, wir haben wirklich tagelang dafür gearbeitet, dass wir uns den Pflug leisten können, und ja, mit Ente, was geht, was geht, was geht, wie auch immer, auf jeden Fall wollen wir jetzt heute mal da hinten hingehen und Spongebob Schwammkopf besuchen, mit Ente und Antti und Nick, jo, was geht, Hallo Freunde, äh, wo sind wir, aber, sind wir wirklich an der Kini Bottom? Loll, hier gibt's Spongebob, ja, ja, alter, aber, äh, ja, hallo, hallo, einfach, was macht man über den Bikini Bottom? Spider-Man, gibt's hier, heavy, gibt's hier Lucky Block, ja, ich weiß gar nicht, lass uns am besten mal in dein Haus gucken, Los Freunde, ja, komm, 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 hör mal auf zu lachen, ey Freunde, komm, wir kommen, ja, wisst ihr, wo einfach schön wird? Ich weiß es gar nicht, ja, im Stein, ja, hier, sehr schön, aber ich weiß gar nicht, was wir hier Lucky Blocker finden könnten in Bikini Bottom, wisst ihr's? Ich auch nicht Vielleicht müssen wir eine grobe graben Wir müssen am besten mal die Zuschauer fragen Leute, ich weiß gar nicht, wo man hier eine Kiste mit Lucky Blöcken finden könnte, wisst ihr es? Ich auch nicht Bitte helft uns Ich weiß gar nicht, wie Lucky Blöcke sein können Ja Helft uns Ihr müsst in die Kommentare schreiben, wo die Lucky Blöcke sein können Nein, ich weiß es nicht Ich auch nicht Aber Eidie Was, wenn man nicht schreiben kann? Genau Dann macht jetzt folgendes Geht ans Portemonnaie eure Eltern Sucht die Kreditkarte raus Helft Hä? Hey Leute, guck mal Einer hat gerade hier rausgeklickt Hey, hier ist ein Schild Was steht da? Hey, da steht dafür, dass hier eine Kiste mit Lucky Blöcken ist Alle meine Alle meine So cool Ich habe nur drei Stück Haha Egal Mehr hast du auch nicht verdient Hier Dann lass mal loslegen Los 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 Hey, das ist gar nichts passiert Wow Eidie, wo bist du? Ich habe noch Hose Au Was? Ich habe einen kommerschen Gletsch Eidie Es hat heute einfach mega viel Spaß gemacht mit euch zu spielen Ja, Mann Ja Und wisst ihr was, Freunde? Ich glaube, unsere Zuschauer uns auch Spaß gemacht So süß Ja, Leute Na, wenn es euch gefällt, schaut bei Alpha, steigen wir gut ein Ende vorbei Sind auf jeden Fall mega coole Typen Yeah Ja Ja Und bis zum nächsten Video, Freunde Tschüss Yaaay This is the kind of place that can be left Like fresh blood once it gets to flowing Oh, a little game is over again Ja, 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 ja No